Es ist jetzt noch nicht Nacht, aber wir werden ein Feuer machen und wir haben dazu schon taktische Posten platziert. Die Schwiegermutter, hallo. Wir haben, ah, ja, da hinten haben wir das Kind, der die andere Seite kontrolliert. Wir haben die Frau erhöht, oder nicht? Jetzt ist sie gerade mal nicht erhöht. Und jetzt werden wir gleich Feuer machen. Feuer, wa? We have to start one side, not one, Adelie. Yes, we start one side. Wait what? So, I won't wait, have no wind. So, but you won't make. Oh, wir haben hier Wind jetzt. Wir müssen das ganze glaube ich erstmal ein bisschen vertagen, um ein paar Minuten, weil Wind ist schlecht. Aber es ist nicht viel Wind. Ja? Ta, make or not? We have wind, man. Ja, Wind. Hm? Es ist Wind. Mein Gott ist das tragisch. Es ist Wind. Ja, ich meine, ich habe denen ja selber gesagt, dass man bei Wind kein Feuer macht, nicht? Ja. Ja. Ich würde mal sagen, es ist blauer Himmel. Scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Was? Scheiß drauf. Feier! What? Ja, ist doch gut. Also, ich soll an einem Ende anzünden. Na gut. Ich soll jetzt an einem Ende anzünden. Die Frau sagt an einem Ende anzünden. Wir machen alles, was die Frau sagt. Nicht? Gut. Guten Tag. Und es werde Licht. Es werde Licht. Es werde Licht. Es werde Licht. Oh, es wird kein Licht. Moment. Jetzt wird es Licht. Es werde Licht. Ja, ihr seht, es wird gar kein Licht hier, weil das nämlich alles zu feucht ist. Ah ja. So, jetzt wird es Licht hier ein bisschen. Ja, okay. So. Das Feuerzeug jetzt mal ein bisschen was verstecken. Weil das wird gleich ganz schön heiß werden. Wir werden auch mal, wir haben gestern mal ein kleines Feuer gemacht. Gelle? Und da ist fast die Haut weggeröstet. Das liebt. Das liebt. Hier. Ne? Ja. So. Wir machen jetzt ein Feuer. Nochmal kurz im Blick. Ja. Das ist der Heuhaufen. Das ist der Heuhaufen. Das Feuer wird immer größer. Naja. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Jo. Es wird schon heiß. Das wird ein richtig geiles fucking Feuer. Ne? So. Eieieiei. Eieieiei. Man kann arm dabei werden. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ne? So. Naja. So. Ich werde jetzt mal eben, glaube ich, Pause machen. weil ich muss gleich auch ein bisschen feuerbekämpfung machen wenn die dinger wegfliegen aber wir haben eigentlich nur heu und wenn man nur hat dann brennt das zwar hoch und lodernd aber es gibt nicht diese feuerfliegen wie sie da heißen jetzt könnte also nur noch ein windstoß dem ganzen ein kleines eine kleine ja wände geben weil nämlich alles ist hier richtig trocken ich wollte sie eigentlich in der mitte anzünden die frau sagt nein ja das wäre ein spaß geworden ist aber nicht ganz so spektakulär wie ich gedacht habe weil so eins hatten wir gestern haben wir also ganzes zeug halt verbrannt was ich so abgesäelt habe an gras das wollten die bananen also direkt bündig auf dem feld abfackeln ich habe mir auch nur gedacht mein gott mein gott so ich werde jetzt mal ein bisschen weg machen das bild weil youtube begrenzung der zeit gelle also bis später ich zeig mal wenn alles am fackeln ist hier bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb